Liebe Austrian Skills Teilnehmer, ihr könnt die Welt vor Perspektive betrachten, die sonst kaum jemand sieht. Den Beruf des Spenglers zu erlernen war somit eine großartige Entscheidung. Die nächste gute Entscheidung ist bereits mit eurem Antreten bei diesen Austrian Skills getan. Die Erfahrungen, die Eindrücke, die ihr hier sammelt, nimmt euch keiner mehr. Ihr seid alle kluge, tüchtige, engagierte und fleißige Spengler. Ansonsten würdet ihr nicht hier stehen. Starke Gewinner seid ihr bereits. Wohlwissend, dass es nur ein Ticket für Österreich zu den Euroskills 2023 nach Sankt Petersburg gibt. Prefa und ich wünschen euch für die Austrian Skills und eure weiteren Vorhaben bereits jetzt alles erdenklich Gute. Man sieht sich in der Prefa Academy.